hallo und herzlich willkommen zurück bei world of warships weiter geht's mit moment ich wollte gerade noch was einstellen ja gleich weiter jetzt mit emerald und danke für diesen tipp im kommentar wie ich verstanden habe soll ich die freien xp für das hinnehmen guck noch mal schnell nach ob das stimmt hätte vorher noch mal gucken sollten sorry dass ich das jetzt noch mal mache kommentar ja für module genau das was ich gesagt habe gerade ja gut vielen vielen dank normal so blende ich sowas ein aber wenn das euch verschreckt dann lasse ich jetzt lieber also na 3xp für diese module hier verbessern torpedo mit rein dann haben wir acht mehr und 400.000 kostet die scheiße der spaß war nicht die scheiße krieg bestimmt schläge über diese aussage na gut lang geredet kurzer sinn wir machen dann weiter mit emerald ja 22 22 22 gefechte kriegen wir hin und dritter wer zu lange und wünsche euch einen wunderschönen sonntag abend ja nach einer minute haben wir schon was gefunden keine bots dabei ist klar ist immer noch wochenende hoch die ende wochenende ich wollte ja noch was einstellen den ton vom spiel noch ein bisschen erhöhen so das ist doch schon viel besser ich bin groß britannia fahrer so sekundäre batterien auch operieren torpedos haben war wasserbomben 33 knoten haben war er kann war durch wasser 9,9 kilometer und wir haben rauch also ich hab nachher nicht geguckt wir fahren geradeaus ich bald das jedoch bei also turbine wenn du deinen namen wirklich würdig erfindet fahren wir sind schneller heißt nicht umsonst turbine bine das haben mich die hinten rein nein lieber nicht so insofern man was sieht gleich den rauch aktivieren aber der ist nur kurz die haben mich noch nicht entdeckt okay dann gehe ich hier links weiter viel glück und ruhiges wasser viel glück und ruhiges wasser oh nein das noch mal ausmachen die fleck weil die weil wenn ich nebel ziehe dann ist alles schick das war mir sowas von klar nein feueralarm ja mag er sein so rückwärtsgang ach das dauert nur so lange mhm war mir so klar dass du das bist ja ja ok eine minute kann ich hier verweilen aber irgendwie entdecken sie mich immer noch ah ok weil ich nicht mehr im nebel bin boah entdeck mich doch am arsch sorry aber ne ok na super jetzt sehe ich noch nicht mal diesen zerstörer fast kaputt halt gucken ob ich treffe naja ok hat sie ja erledigt ok ich muss mich verdünnisieren ich bin sowieso gleich kaputt von daher hau ich erstmal ab äh kann doch durchaus sein dass sie mich dann doch erwischen oh mein gott bitte nicht lass mich hin ich werde Ich treffe auch nicht Nein Nein Lass mich in Ruhe Lass mich Lass mich doch mal ein bisschen länger überleben Die Nebelwand gelingt Lass mich in Ruhe 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 Huch! Ich hab die Wand gebeached. Nein! Echt jetzt? Hawkins? Ich weiß nicht, die volle Breitseite ist mir das mal egal, weil ich will hier weg. Sieh mir alle zu nah. Nein! Lass es! Du trifft ihn nicht! Nein! Du trifft ihn nicht! Nein, nein! Ich nicht da! Du mich nicht treffen! Klappt sogar! Yes! I come in my friends! Yes! My life! It's my life! Du-dudu-du-du... D-du-du-du-du-du-du-du... It's my life! D-du-du-du-du-du... D-du-du-du-du... D-du-du-du-du-du... wird so richtig hasse auf mich er wird unbedingt ich sehe es auch nicht na geht die schon von kicker das auf mich schießt ein bisschen langsamer ich mache mit absicht dass ich sofort sterbe ich sehe auch nicht jetzt wo er jetzt lang fährt ich versuche mal rückwärts zu fahren dass ich nicht noch von der seite da was abkriegen ich schieße einmal rauf hier noch geht nicht achten schütteln das gibt jetzt der komfort ist von dort ok wenn er jetzt von rechts noch weiter darauf geschossen wird und dann noch in meine richtung kommt ja das sind saftiges essen schönen saftigen schön saftigen diesel steck steht der ist doch nicht dein ernst ah ich möchte nicht jedes umsonst rein ich hab's er steht da echt ich bin schon im nebel da schaffe ich den feuer noch kaputt zu machen bevor sie ihn kriegen ich habe mal aufgedeckt Ich schließe mal, es geht. Yeah, ich wurde entdeckt. Ja, okay. Wenn jemand anders kriegt den. Wunderbar. Ja, ich hab's gewusst, dass du das tust. Nein. 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 Lass das. Da ist der Krieg. Ah, come on. Ein Nebel hab ich noch. Aber ich glaub nicht, dass ich dazu komme mehr. Wer wird mich vorher noch snacken? Äh, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Triff wenigstens noch. Nein, ich triff da doch. Ich hab getroffen. Aber irgendwie krieg kein Schaden mehr. Oh, schade. Na ja. Das war erstmal die erste Runde. Ne? Schade, schade. Schokolade. Kein Kill bekommen. Wie immer. Äh. Ah, hier ist Ryan. Ich hab auch Ryan. Den hab ich auch. Hi, Ryan. Wie geht's dir Ryan? Ist auf der Flucht, Ryan. Okay, lang geredet. Kurzer Sinn. Ich werd mal wieder ein Stückchen vorspulen bis zum Ende. Und hören und sehen uns gleich wieder am Hafen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mega gut Bam! 340.000 Bam! Nice! Jetzt fehlt nur noch so um die 20.000 Grob geschätzt Ach, ob wir da nochmal gewinnen, weiß ich nicht. Ich denke mal, das wird hier dann die vorletzte Folge mit Emerald. Weil danach kommt dann, danach kommt dann Stufe 6, Leander, Leandertaler. Leandertaler. Ja, ihr, wir haben mich den Gewinner, gewinnen. Ja okay, im Kopf hat sich das ganz anders gehört, als ich das jetzt gesagt habe. Gut, kann ich hier Äußeres, kann man hier nur kaufen. Ja okay, ich finde das nicht so geil. Ich weiß nicht. Ihr seht ein bisschen komisch aus, so unspektakulär. Aber wollen wir mal hier irgendeine, irgendeins nehmen, dass man ein bisschen anders aussieht. Ich glaube schon, ne. Einmal ein bisschen Geld ausgeben. Für einmal benutzen. Grün. Dann wären sie alle Knight von mir. Grün von Knight. Nein, natürlich nicht. Das hier wäre eigentlich passend. Union Jack. Wäre eigentlich. Dann hätten wir noch diesen geilen Drachen. Oder das Grüne. Hier nochmal grün. Da komisch blümlich. Oh Gott. Oh Gott. Echt doch, hier. Frauen. Frauen-Kram. Will doch keiner haben. Das sieht nicht schlecht aus. Finde ich. Aber ich habe doch schon mal was besseres gesehen, ne. Ihr wisst doch, was ich meine. Mal gucken, vielleicht finde ich ja irgendwas in der Richtung auch. Aber ich glaube nicht. Die Hoffnung ist groß, aber dennoch weit weg. Einmal 90.000 ausgeben. Für das hier. Sieht doch mega gut aus. Die Farbe gefällt mir. Was anderes finde ich jetzt hier nicht. Machen wir einmal, ne. Aber nicht auf automatisch Kauf machen, ne. Ich will bloß einmal holen, weil es geil aussieht. Einmal mal so, weil wir es können. Ach ja, und dann liegt das auch noch an dieser Bonusse, ne. Deswegen habe ich auch so viele bekommen. Gut. Dann suchen wir mal den nächsten Gefecht. Ja. Ja. Da haben wir es. Wird geladen. Ich bin gespannt. Oh nein. Schon mehr Fluxalträger. Ich hasse die. Ah. Ayuzara. Äh. Ach so. Ne. Das ist die Spielerin. Äh. Äh. Komm so. Mollapf. Kongo. Und so weiter und so fort. Ja. Wir werden sehen. Komm gut oder schlecht. Äh. Brrr. Ich setze die Frage. Rechts oder links. Ich glaube, ich nehme rechts, weil da mehr Deckung sind. Alle Mann auf Gefechtsstationen. Also gehe ich mal rüber zu rechts. Wir sind rechts. Oh. Ich bin auch doof. Wir sind rechts. Ah. Ich gehe noch weiter rechts. Macht Ihnen das Leben schwer. Ja, natürlich. Viel Glück allen. Ja. Schreibt mir nicht so an. Mach das Spiel leiser. Nö. Ich mag das. Wenn es ein bisschen laut ist. Äh. Nö. 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 Hier einfach mal random reinschießen und dann sagen wir, was machst du da? Oh. Äh. Nikolas, äh. Bietchen. Oder auch nicht. Nö. Man könne, man könne, man könne, man könne, man könne, man können, man könne, man könne, man könne, man könne, man könne, man könne, man könne man nur, aber wollen nicht. Gut. Das ist, glaube ich, äh, ja. Hier, Kilometer. Das ist zu kurz. also reinfahren einnebeln und dann schräg halten und stehen bleiben warten auf schönes wetterchen ob es richtig schön wird und dann spaß haben wenn man was sieht entdeckt schlachtschiff nicht kreuzer kreuzer sind ich kennex bei klopfen ach ja ja der schießt schon freiwillig auf mich da mache ich mal schon mal an ich hoffe es war nicht so früh und dann bleibe ich hier ein eckchen noch ein bisschen mehr nebel reinbringen nebelwand gelegt war mir klar dass es so kurz ist bleibt auf kurs ich hoffe es mir wieder nach hinten insofern er mich ich hasse es wenn der nebel so kurz ist aber ist okay ist okay ist es ist halt kein zerstörer da 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 hab ich schon längst entdeckt ich weiß ganz genau wo du bist ja 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 was zurück wer wie wo was ich ne ja doch ich bleib mal lieber hin noch hier eine ecke bleiben da passiert doch nichts oder kann ich hier von der ecke aus übernehmen noch das war ein bisschen zu weit ja ich kann nichts dafür wenn er vor mir steht worry aber was soll ich machen ich kann nicht wenden ich muss rückwärts fahren schon wieder das war mir klar das war mir sowieso klar ein nebelwand gelegt ja ja lenk rechts lenk rechts dann kann es vorbei gegnerischen kreuzer gesichtet gegnerisches schlachtschiff gesichtet oh mein gott wieso bleibt eigentlich ein nebel sagt der nebelwand gelegt oder nicht das gegnerische team hat die führung übernommen was schon das sehe ich nicht ein das ist doch voll der königsberger hohen oh 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 was haben wir denn da ja oh mein gott oh ne torpedos will ich nicht come on come on come on wie der fährt so weg hier ok geht nicht schau königsberger betrifft mich nicht la 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 machs gut war schön mit dir oh 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 danke danke oh das ist meine rettung nebel es lichtet sich nie oh 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 ouch 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 ah 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 gott sei dank puch ja ich überlebte ja schon lange danke für die nebel äh wie war das nochmal mit f11 nee f12 ich schulde ihnen was immer rückwärts fahren ne er meint nicht mich ok öh ich weiß jetzt nicht ok nebel ist weg nebel ist weg new york ohne wer schießt da wird man hier wieder breit ja ja gut das club lieblut so jetzt werde ich hier gestartet nice wunderbar 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 schön nebelwand gelegt ok da hinten komme ich näher ran sonst keiner da ist ich gehe mal kurz hier auch wenn es sinnlos ist gleich fragt wird was machst du da spaß mit dem top ok ernsthaft der muss mich jetzt hier ok 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 sieht gut aus alles gut ist gut jetzt bin ich aufgedeckt hast du fein gemacht traffic 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 königsberg glaubst du wie krono 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 ok der hat da nebel angemacht wir haben vorwärtsfahren er geht nicht geht nicht ich gehe mal zu v 170 der hat da gerade nebel angemacht es wäre ganz gut wenn wir alle nebel sind so in new york entweder traut sich oder traut sich nicht so die sache sache oder sache irgendjemand versteckt sich hier noch aber ich kann nicht aufstecken ok da ist er nie will weg was der nibel ist ja kürzer als meiner ok volle fahrrad voraus ich würde die leute hier noch ein bisschen unterstützt so weit sein muss man gewinnt nur gemeinsam niemals allein sein auf jeden fall ja mein leben ist noch voll finde ich gut dann ist new york wir sind zu dritt der zerstörer haut jetzt ab ich habe noch ein nebel den musik clever einsetzen guck mal kommen so mollets wird gerade angegriffen und da haben wir ihn zerstörer wir müssen ihn zerstörern hey mach auch deinen nebel an torpedos direkt voraus torpedos direkt voraus schon länger als eine halbe stunde ups nochmal kann ich vielleicht ich hoffe der fährt rein achso nebelwerfer gestartet was hättest du wohl ja noch au alle stationen welte position eines strategischen ziels nebelwand gelegt neyork das war nicht nett neyork 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 es darf mich nicht erwischen neyork kommt er zu mir oder ja da kommt zu mir so new york sagt hat keine lust mehr sagt nein mich nicht erwischen ich sage doch ich erwische nicht er ist nämlich der einzige der hier noch fährt gebt mir nicht auf dem lenkel da um keine zeit ich hole dich auch wenn du zur usa bist ist mir egal du bist einfach nur ein das weiß ich guck mal wie ich da drauf knalle so ein kleineres etwas wirken richtig von ein kleines abweichern ich kriege dich ich finde es gerade so witzig von hinten das ist ja schön nein nein oh 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 shit warte 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 ich schaffe es nicht noch bitte lass mich lass mich lass mich bitte einmal ich kann nicht mal steuern oh 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 wie sind die torpedos der trappen asyl reparation nochmal einmal also reparation nochmal einmal dann bisschen kann ich noch weiter drauf schießen oh my god oh my god na ja der teams wir gleich von oben holen ich bin gleich weg alt tut es wir gewinnen nein 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 geht es noch haben wir mal glück gehabt ja nice gegnerisches schlachtschiff gesinkt naja Ja! Der geilste Highlight der Welt! Schaut euch das an! 25700 XP! Und das was ich ausgegeben habe ist, wir entrimmen 630.000 Credits, 56.000 Schaden und ein Torpedotreffer Ups, er zerstört, ist nebensächlich und zweimal zerstört Viermal verteidigt und einmal erobert Nice! Ich freu mich so Andere würden sagen Das kenn ich schon Okay, dann ist es halt so Mein Gott, dann kennst du es halt schon Stört mich nicht Ähm, ja Was ist denn da jetzt? Äußeres. Achso Ne, brauchst du dann nicht mal gut Ja! Haben wir jetzt fertig geforscht Oder? Ja, geil! Das war die zweite Runde! Wir haben fertig geforscht Nice! Leander 2500 Credits Mega gut! Dann holen wir den Kapitän von... Emerald Umschulung abschließen Mega gut Das hier war Drehgeschwindigkeit Okay, gut! Also war das kein Fehlkauf! Super! Man! Das war richtig, richtig, richtig gut! Das war ne richtig geile Schmicke-Schnocke-Runde Mega, mega, hammer, 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 hammer Gut! Na! Stufe 7 Fiji 4,6 Millionen 70.000 XP Das kriegen wir auch noch zusammen, wenn es so bleibt Und es hat Nebel! Es hat auch Nebel! Geil! Container einsammeln Äh, versuchen sie ihr Glück Ja, machen wir mal Und... werden alles öffnen Anscheinend habe ich hier wieder mehr Kisten Oh, was hab ich denn da jetzt so für eine kleine Container? Aha Okay, wir öffnen mal alle Container Und schauen wir mal rein Jo! Placken Nice! Placken demnächst dann einsetzen Und ansonsten Äh... War das ne richtig geile Runde mit Emerald War richtig, richtig geil Fand ich richtig super, super mega gut Gerne einen Daumen-Like da lassen Falls euch diese Folge gefallen haben sollte Wenn das noch nicht geschehen ist Warte Einen Moment Erstmal die Blow-Nock abholen und dann verabschieden Nicht... nicht vorerst Um Gottes Willen Gut, wir haben Stoff... Wir haben den fünften Auftrag Regeschaltet Können wir gleich akzeptieren Demnächst dann äh... weiter So Wie gesagt Das war ne richtig geile Runde Wir haben Stufe 6 Großbritannien Kreuzer Richtig geil Okay Äh... wie es aussieht Einen Moment Ich muss kurz mal reinschauen Artillerie Sekundär hat er Und Hauptbatterie Mega, mega geil Feuerreichweite Feuerreichweite V-Batterie 12 Ja, es... es läuft Geil Äh... kann man glaube ich... äh... wodurch kann man das erhöhen? Durch äh... das hier? Ne, das ist die Flag Da erhöhe ich die Flag Vorbereitungszeit? Ne, das ist keine Erhöhung, das ist eine Verbesserung Äh... Ziel Drehgeschwindigkeit Torpedowerfer Bräune Das ist nicht wirklich so wichtig Torpedowerfer Modifikation Drehgeschwindigkeit Torpedowergeschwindigkeit Risiko Ja, gibt es Aber ich habe keine 100 Klassische Leander Hm... Wenn ich 100, äh... Dublonen hätte Würde ich schon längst, äh... kaufen wollen Aber ist nicht so schlimm Irgendwann mal So, wenn noch nicht geschehen ist Abonniert meinen Kanal Aktivierte Glocke Um keine weiteren World of Warships Ab 20 Uhr abends Zu verpassen Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst Genauso viel Spaß hattest wie ich Und wir sehen uns dann morgen In der nächsten Folge Von World of Warships Habe ich gesagt World of Tanks? Nein World of Warships Okay Ciao Mit V Tschüss